Hier im Publikum. Wir sind im vierten Satz. Malong führt mit 2 zu 1 in Sätzen. Zhang Jiki, der Weltmeister, führt mit 1 zu 0. In diesem vierten Satz gegen die aktuelle Nummer 2 der Weltrangliste. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 2, 1. 1, 2, 1. Vielen Dank. Vielen Dank. Mit der eine perfekte Länge erwischt, führt bereits mit 5 zu 2. Dann geht es nicht nur mit Power, auch ein bisschen gefühlvolles Schupfen ist da angesagt zwischen dem Weltmeister und der Nummer 2 der Welt. Und da hat er im Moment die glücklichere Hand. Führt schon mit 8 zu 2. Applaus Starker Ball von beiden. Applaus Jetzt war noch ein Netzholer mit dabei. Dann etwas zu kurz die Verteidigung von Zhang Jike. Da kann Malong den ganzen Winkel ausnützen. Kämpft Gibt den Satz noch nicht auf Malong. 8 zu 4 Applaus Gibt den Satz noch nicht. Gibt den Satz noch nicht auf. wieder sauber vorbereitet mit dem kurzen service auch der erste ball kurz gespielt dann etwas zu lang geschubst von malung und jankicke kann das richtig schön drüber gehen 9 zu 5 viel unterschnitt der beiden oder ein bisschen überschätzt in dem fall aber jetzt vier satzbälle für jankicke wer verliert das erste die geduld malung aber etwas zu früh